Hi! Schön, dass ihr reinschaut am Sonntag bei TweakPC. Wir haben heute was ganz besonderes für euch. Ihr seht's schon neben mir. Navi ist endlich draußen und wir haben natürlich für euch einen passenden Videotest und dann auch einen ganz ausführlichen Artikel vorbereitet. Nun, lange Rede kurzer Sinn, es geisterte schon etwas länger durchs Internet. Jetzt sind sie endlich da, die beiden ersten Navi-Karten von AMD, die Radeon RX 5700 und die etwas größere Variante 5700 XT als Konkurrenz zur RTX 2070 sowie RTX 2060. Das Ganze dann zu einem Preis bei der 5700 von 399 Euro. Das ist mal eine echte Ansage. Vielleicht mausert sich diese Karte ja zum neuen Preis-Leistungshit. Wir werden es sehen. Die XT kostet dann circa 480 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Wie das Ganze natürlich aussieht, werden wir im Laufe der Zeit sehen. Die Preise werden sicher sinken. Ich erzähle euch ein bisschen was zur Technik. Was gibt's Neues? Da gibt es natürlich einen ganzen Haufen Benchmarks. Die Leistungsaufnahmen haben wir gemessen Temperaturen, Lautstärke, all das, was euch interessiert. Hier natürlich dann die Karten von AMD direkt gegen die Founders-Editions von Nvidia. Also Custom-Karten sind jetzt hier noch nicht dabei. Wir sind dann natürlich sehr gespannt und bleiben dran, was zum Beispiel Sapphire hier für Custom-Karten dann herausbringt. Navigieren wir zu einigen technischen Eigenschaften. Vorneweg einmal AMD bewirbt diese Karten mit. Der optimalen Karte für 1440p Gaming, also die nächsthöhere Auflösung quasi nach Full HD, die die meisten von euch sicher schon zu Hause nutzen können. Ob das dann auch der Fall ist im Vergleich jetzt zur RTX 2070 und RTX 2060, das schauen wir uns dann natürlich entsprechend in den Benchmarks an. Kommen wir zu interessanten Neuheiten bei der Karte. 7nm werden die Chips gefertigt, verfügen beide über 8 GB GDDR6-Speicher, über 256 Bit angeboten und schaufeln dann bis zu 448 GB in der Sekunde durch die Gegend. Das ist schon mal ein ordentlicher Durchsatz und als Boni obendrauf gibt es auch noch den neuen PC-Express 4.0 Standard, unter anderem natürlich nicht nur hier für die 5700er, sondern auch für die neuen M.2 SSDs. Wir schauen uns die Referenzkarten von AMD an, sprich keine Custom-Kühler zumindest noch nicht, wie angesprochen. Wir sind gespannt, was die Hersteller dann da so zaubern werden. AMD hat sich hier dann für einen Radialkühler entschieden, der in der Vergangenheit bei den meisten wohl nicht so ganz überzeugen konnte. Ob er das bei den Karten tut, das schauen wir uns dann bei der Lautstärkemessung an. Interessant an der Sache ist, man sitzt auf den 80mm Radiallüfter im hinteren Part der Karte. Die beiden Karten setzen dann auf Vapor-Chamber-Kammern, sprich eine Verdunstungskammer, um die Kühlung einfach etwas effizienter zu gestalten. Unter dem eigentlichen Kühler gibt es dann eine 7-Phasen-Spannungs-Versorgung. Wir haben eine Board-Power bei der kleinen Karte von 180 Watt, bei der größeren Karte sind es dann 225 Watt, also alles in einem gesunden Rahmen. Da sieht man allerdings auch, wofür dann im Endeffekt die beiden Stromstecker auf der Karte verbaut wurden. Was gibt es zum Kühler noch zu sagen? Nun, die 5700 sieht etwas dezenter aus, finde ich. Bei der 5700 XT hat man dann noch einen kleinen Schwung in den Kühlerein gemacht und die ist ein bisschen geriffelt. An der Seite gibt es dann noch ein schickes Radeon-Logo. Auch der Kühler sieht wirklich sehr gelungen und schick aus. Und wir schauen uns natürlich im Anschluss an, was er denn im Endeffekt dann auch so leistet. Kommen wir zu einer weiteren Neuheit, die AMD mit der RX 5700-Serie einführt. Das ist der sogenannte Game Boost. Das ist quasi eine Taktstufe zwischen dem Base Clock und dem normalen Boost. Was heißt das jetzt für euch im Endeffekt? Der Game Boost ist quasi der Takt, der bei typischer Gaming-Last anlegt. Und der Boost wird dann irgendwo zwischen dem Gaming Boost und dem maximalen Boost natürlich da hin und her springen, beziehungsweise sich irgendwo einpendeln. Das Ganze dann entsprechend abhängig von eurem belüfteten Gehäuse als Beispiel. Kommen wir noch zu den Sachen. Was haben wir jetzt denn da eigentlich für Displayausgänge? Nun, wir haben hier HDMI 2.0b, wir haben DisplayPort 1.4 HDR. Die Karte kann dann 4K bei 240 Hz darstellen, 4K HDR bei 120 Hz, 8K HDR bei 60 Hz. Also ihr seht, wenn ihr einen entsprechenden Monitor zu Hause habt, könnt ihr mit der Karte dann richtig Spaß haben. Ja, bei der 5700 XT arbeiten dann 2.560 Stream-Prozessoren mit einem maximalen Boost-Takt von 1.902 MHz. Im Game Boost sind es dann noch 1.755 MHz und der Base Clock beträgt 1.605 MHz. Der Base Clock ist dann quasi der Takt, der anliegt, wenn die Karte wirklich sehr warm wird, sehr stark belastet wird. Das dürfte allerdings im normalen Alltag relativ selten vorkommen. Die 5700 setzt dann auf 2.304 Stream-Prozessoren, die mit einem maximalen Boost-Takt von 1.750 MHz zu Werke gehen. Beim Gaming-Takt orientiert man sich hier an 1.655 MHz und die Base Clock liegt dann bei 1.455 MHz. Interessant dürfte für euch zu Hause dann auch sein, was kann man denn da selbst noch an der Taktschraube drehen? Nun, mit dem Radiallüfter wahrscheinlich relativ wenig. Wenn euch allerdings so ein bisschen Overclocking oder sowas interessiert, dann nutzt unten gerne die Kommentarfunktion und schreibt uns auch sonst noch rein, was ihr gerne zu den Karten wissen möchtet. Vergleiche, Spiele, was auch immer ihr auf dem Herzen habt, dann nutzt gerne unten dann die Kommentarfunktion. Ihr stellt euch jetzt wahrscheinlich die Frage, warum hat da jetzt diesmal keine Karte auf dem Tisch oder in der Hand? Nun, wir haben hier die beiden schicken Verpackungen schon mal, so sehen die aus. XT-Verpackung und dann die 5700er-Verpackung. XT-Verpackung, etwas aufhängiger designt, da gibt es dann auch eine 50 Jahre Special Edition in Gold mit noch einem etwas höheren Takt. Die war jetzt allerdings in diesem Kit hier nicht dabei. Und für alle, die sich dafür interessieren, warum habe ich die Karten jetzt eigentlich nicht in der Hand und fuchtel damit rum, wie ich das ja auch sonst gerne tue, die sind zurzeit noch im Testsystem und röteln munter vor sich hin, dass wir euch eben am Sonntag, also heute, wenn ihr dieses Video schaut, dann entsprechend den ausführlichen Test in Ruhe ansehen könnt. Und jetzt kommen wir endlich zu der Sache im Test, der euch sicher ganz extrem unter den Nägeln brennt. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der Performance aus? Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Die 5700 XT legt sich mit der RTX 2070 erfolgreich an und die etwas kleinere, die 5700, legt sich mit der RTX 2060 ebenfalls erfolgreich an. Schaut uns die Benchmarks an, ich habe mir hier ein paar Spiele ausgesucht. Wenn ihr natürlich ausführlichere Benchmarks oder mehr Spiele sehen möchtet, dann schaut bei uns einfach im Artikel vorbei. Ihr seht, in Full HD sehr gute Leistung, auch in 1440p habt ihr mit der Karte noch sehr, sehr viel Spaß. In 4K, ja gut, was soll man sagen, die Karte wird nicht für 4K beworben. Ihr könnt natürlich mit der Karte in 4K spielen, müsst aber dann damit leben, dass ihr die meisten Details sehr stark reduzieren müsst und auch Bildverbesserungen etc. Also hier müssen wir dann einfach auf die größeren Navi-Karten warten. Diagramme sind eine schöne Sache, allerdings relativ trocken und was zeigt die Performance besser als eigentlich ein Bewegtbild? Und deshalb haben wir uns überlegt, wir haben noch Gameplay für euch angefertigt, ingame das Ganze aufgenommen, dann mit einer Capture Card. Ihr habt hier also keine FPS-Verringerung oder sonstige Delays oder sonst irgendwas drin. Sprich, das Spiel ist wirklich so aufgenommen, wie es dann auch mit der Karte läuft und dabei wünschen wir euch jetzt viel Spaß. . . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Weiterhin sehr interessantes Diagramm, das ist die Spielbarkeit bei 60 FPS in 1440p. Was sagt das Diagramm jetzt aus? Nun, wir haben hier aufgelistet dann 5700 XT und so weiter und so fort. Die 5700 XT schafft in 87,5% der Spiele, die wir getestet haben, 60 und mehr Frames per Second in 1440p und das ist wirklich bemerkenswert. Der selbe Wert gilt auch für die 5700, so wie die 2070 von Nvidia und die 2060 liegt dann da etwas abgeschlagen mit 83,3%. Leistungsaufnahme auch ein sehr interessantes Thema, wir haben uns die Benchmarks eingesehen. Performance hat uns schon sehr gut gefallen. Wie sieht es jetzt also mit dem Stromverbrauch aus? Nun, man kommt hier Nvidia sehr sehr nahe, es sind grob ähnlich. Wir liegen immer 20 Watt dazwischen, angefangen bei der 2060 mit 263 Watt, dann die 5700 mit 281 Watt, 2070 mit 299 Watt und die 5700 XT dann mit 320 Watt. Das Gesamtsystem hier natürlich angegeben, also der Gesamtverbrauch vom kompletten PC. Gibt es nicht großen Aussätzen, gibt es keine großen Überraschungen und in diesem Falle gehen wir weiter zu den eigentlichen Temperaturen. Weiterer Punkt, neben natürlich dem Verbrauch und der Performance, das ist ganz klar die Temperatur. Man muss allerdings dazu sagen, ich denke, viele von euch werden sich auf die Kärtchen, wenn sie sich eine Referenzkarte kaufen, dann auch eine Wasserkühlung drauf machen. Mit dem Radiallüfter habt ihr allerdings im Windows-Betrieb dann um die 38 Grad bei den beiden Radions. Die GeForces sind dann ein bisschen kühler, wie ihr seht und unter der Gaming-Last mit Witcher 3, ja die 5700 XT landet dann meist bei 80 Grad rum, die 5700 bei 76, die 2070 bei 72 und die 2060 dann bei 71 Grad. Also sind ein bisschen wärmer wie die GeForce, aber auch hier relativ nahe dran und sehr ähnlich. Und man muss ja hier bedenken, es ist ein Radiallüfter, wie die Custom-Lösungen dann abschneiden, das wird die Zukunft zeigen. Was darf bei einem Temperaturtest von uns natürlich nicht fehlen? Nun, das sind ganz klar Wärmebildaufnahmen und auch die haben wir hier für euch natürlich wieder entsprechend zusammengefasst. Weiter ein interessanter Punkt vor dem Fazit, wie sieht es denn mit der Lautstärke aus? Man muss hier natürlich anmerken, dass ich finde das immer ein bisschen schwierig bei so Herstellerkarten mit einem Faunas Edition Kühler oder hier eben mit einem Radialkühler aus dem Hause AMD. Wir haben es dennoch uns natürlich mal für euch angesehen. Im Windows-Betrieb landen die Karten ja relativ nahe beieinander. Hier sind die Radions mit 32,18 Dezibel leiser als die beiden RTX-Karten. Also fast gar nicht wahrzunehmen, beziehungsweise je nachdem, wo ihr sie eingebautet, hört ihr sie auch überhaupt nicht. Im Gaming-Betrieb werden die Karten dann alle hörbar. Die Radions sind da allerdings ein bisschen lauter dann im Gaming-Betrieb bei Witcher 3. Allerdings muss man dazu sagen, dass der neue Radiallüfter angenehmer her vom Ton ist, als wir das von älteren Karten von AMD kennen. Was können wir jetzt abschließend zusammenfassend noch zur RX 5700 und 5700 XT sagen? Nun, AMD ist hier ein sehr guter Wurf gelungen. Sie wollten die 2070 sowie die 2060 schlagen. Das haben sie auch geschafft. Bei der Performance gibt es absolut nichts daran auszusetzen. Der Stromverbrauch ist auch fast auf dem GeForce-Niveau, auch bei den Temperaturen und der Lautstärke. Das sind allerdings zwei Sachen, wo man anmerken muss. Wir haben uns hier jetzt mit den Hauskarten beschäftigt, mit einem Custom-Kühler drauf und noch ein bisschen Anpassungen vielleicht am PCB. Werden die Karten da noch viel besser und schneller? Und da sind wir natürlich schon sehr gespannt darauf. Auch noch für uns interessant, welche Karte wird sich vielleicht zum Preis-Leistungshit mausern? Wird es die 5700 oder vielleicht die 5700 XT? Unverbindliche Preisempfehlung für die kleine Karte liegt bei 399 Euro, für die XT-Variante dann bei 479 Euro. Wie schnell die sinken, das wird sich zeigen. Vielleicht an dieser Stelle auch noch eine Anmerkung. Für wen ist denn jetzt die Karte vielleicht interessant? Nun, ich sag's euch ganz trocken und ehrlich, wenn ihr eine Vega 64 oder eine Vega 56 zu Hause habt und ihr wollt was ganz modernes und schnelles, könnt ihr natürlich auch zugreifen. Allerdings performance-technisch würde ich mir da nicht allzu viel erwarten, wie wir ja auch in den Benchmarks gesehen haben. Wenn ihr jetzt allerdings eine RX 570 oder eine 580 habt und sagt, wow, warum nicht? Ich wollte mir sowieso was Neues aus dem roten Lager zulegen. Dann soll ihr den Blick darauf werfen und vor allen Dingen aber auch, wenn ihr jetzt nicht unbedingt eine Wasserkühlung draufbauen möchtet oder auch nicht sonderlich geräuschunempfindlich seid, dann auf die Custom-Modelle warten. Ja, das wär's soweit mal von uns. Ich hoffe, das etwas längere Video hat euch gefallen und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt und unsere Arbeit euch gefällt. Dann lasst uns gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und ich sag immer, wie immer, habt ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas auf dem Herzen zu diesem Test? Ihr wünscht euch irgendwas auch zu den Ryzen-Prozessoren, wo wir natürlich auch noch dann einen ausführlichen Videotest und einen Test dazu haben? Dann nutzt die Kommentarfunktion. Ich bin der Jan, danke, dass ihr bei uns reingeschaut habt und bis zum nächsten Test bei uns auf TweakPC.